Arbi Stefft, spürt er, fährt jetzt schon! Dann komm her! Fühl mir! Ja! Ich möchte das nicht! Ich möchte das nicht! Oh je, Daniel! Okay! Okay! Wo, wo, wo? Da unten, wo die gelbe Dorf ist, links. Da der nächste dann! Okay! Mit der Linkskurve! Und da musst du Vollgas anziehen, dann kannst du nicht. Den linksten noch, Marco! Ja! Ich bin gerade in die Kurve zu treten! Ja! Ich bin gerade in die Kurve zu treten! Das hat jetzt sein müssen. Schau dir kurz ab oben. Wie lange mehr? Fülle mich. Boah, komplett auf Bizeps. Ein bisschen bis rein gehen, bitte. Okay. Ja, fix. Wer fährt was? Der Alex mit dem Auto rauf. Der Alex mit dem Auto rauf. Brav, 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 brav. Oieieieiei. Auf die Plätze. Oieieieiei. 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 Scheiße. Ist der ein arger Typ, oder? Ja. Arger Typ. Boah, sie sind nicht komplett. In der Rad. Oieieieieiei. bin ja 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 Eieiei! Also, ich werde auch nicht langsam um die Züge fahren, das ist gefährlich. Also jetzt ist alle Oberwertung. Auf los geht los! Auf los! Eieieiei! Oh, ich glaube mit mir absperrt um die Neue. Eie Eieieeeeee! Bis zum nächsten Mal.